herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben für euch das 2020 bundel von sentino alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem bundelinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zum bundle findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung 2020 von sentino das ganze am 27 april erschienen wir haben hier mal wieder ein bundle aus dem bereich deutschrap jawohl es ist ein bundle aus mehreren cds aus mehreren alben bestehend und zwar haben wir hier zum einen sentino 2020 dann haben wir noch eine zweite cd mit der el malo ep von sentino und noch das bonus album sentino's way 3 sohn des paten also das alles in diesem bundle inklusive einem poster wir werden mal die folie ab machen und dann schauen wir hier rein so einmal hier auf der seite und dann noch einmal hier auf der seite einmal und zweimal so als erstes haben wir hier das 2020 album beziehungsweise mit dieser el malo ep also diese doppel cd dieses doppel album so sieht das cover aus wir haben hier szenen wie man sie so kennt so aus kirchen engel engelsgestalten kreuze blumen und sentino trägt hier sogar einen heiligen schein sentino 2020 art bei klausinski 2020 auf der seite lesen wir auch sentino 2020 el malo und sicarios und auf der rückseite es sieht das ganze so aus bedeutet wir haben auf cd 1 2020 mit insgesamt 14 tracks dann haben wir die cd 2 el malo mit zehn tracks plus zwei bonus tracks ok wir haben auch hier noch überall in klammer die features stehen entschuldigung daneben die features stehen und in klammer die beat produzenten stehen wir haben hier extrem viele features speziell hier auf cd 1 also allein wer ist hier drauf noir 40 blacher jan st paul alusha selai do ja mio also ohne ende features hier drauf ich muss ganz ehrlich sagen die meisten features sind mir eher unbekannt dann schauen wir mal rein so sieht das hier links aus also wir haben hier einmal die credits danke gott dass wir noch leben dann hier das cover das ist das cover der el malo ep die el malo ep die ist schon etwas länger draußen die ist im oktober 2018 erschienen und jetzt eben hier auch noch physisch wir haben die cd nummer eins das ist die 2020 cd sieht so aus und daneben dann die rote cd das ist el malo die sieht so aus also in rot und weiß und dahinter dieses artwork von el malo so dann packen wir das ganze wieder zusammen ein digi pack und das zweite digi pack ist dieses hier sentinos way 3 sohn des paten auch dieses album ist schon etwas länger draußen im märz 2017 erschienen schwarz gold hier in diesem stil sentino abgebildet auf der seite sentinos way 3 sohn des paten und auf der rückseite die tracklist wir haben hier auf diesem album 13 tracks auch hier wieder die infos über die beteiligten also die produzenten mit angeführt auf der tracklist dann schauen wir mal rein auch hier kein booklet sondern die credits hier drauf gedruckt bzw die infos und eine polnische widmung oder dankssagung und so sieht dann die cd aus in schwarz und gold beziehungsweise wenn wir sie drehen so dann kann man das sogar lesen dann schauen wir uns die cd mal an die sieht so aus und auf der rückseite wieder gold und weiß also drei cds hier mit dabei und wir haben auch noch ein poster dieses poster zeigt uns hier nochmal das artwork das cover zu 2020 im hochformat a3 ist das poster und auf der rückseite blank weiß also einseitig bedruckt gut wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in diesem bundle befindet einmal das eben gezeigte poster einseitig bedruckt format a3 dann haben wir das album sentinos way 3 mit insgesamt 13 tracks im digipack und 2020 hier mit den 14 tracks plus den zusätzlichen 12 tracks von el malo also kommen wir dann wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe auf insgesamt 39 tracks jawohl das alles in diesem wunderbaren bundle 2020 von sentino mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise dem bundle schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr sentino unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao